So, liebe Kampfspot-Freunde, das ist es wieder gewesen. Fight Promoter TV Staffel 2. Heute am Start ein super Gast. Bei mir war der Arnold de Cobra Czercai. Wir möchten von Budo Händchen verlassen, sozusagen. Und ihm eine Frage beantworten. Und wir haben uns überlegt, wie ist der Kampfname von Arnold Czercai? Und dann schickt mir bitte eine E-Mail unter info at fight-promoter.com Vielleicht schreibt ihr noch etwas dazu, wieso Arnold am 10.06. seinen Gegner richtig weghauen tut. Und der, der das beste Schreiben macht, oder der beste Brief geschrieben hat, Brief, E-Mail, auf Deutsch gesagt, oldschool, der bekommt die Handschen geschenkt. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Bam! Dankeschön.